Wir haben ein Event. Ich bin sicher, sie liebt die Überraschung. Ich weiß, ich kann es nicht erwarten. Normalerweise bin ich nicht hier, aber ich wollte ein Geschenk für Mutter. Bestellen. Halte das geheim. Darum habe ich es direkt per Post bestellen lassen. Was ist das? Kannst du ein Geheimnis bewahren? Natürlich. Okay, ich schwöre, dass du es niemandem sagst. Bald ist der Geburtstag meiner Mutter. Sie soll nicht wissen, dass ich ihr etwas kaufe. Also habe ich es eben bestellt. Sag bloß Lilian nichts. Ich gehe jetzt nach Hause. Danke, Zack. Jederzeit, Pupuri. Tschüss. Ein netter Gedanke, aber ich brauche es wirklich nicht. Ups. Ich wollte dir eigentlich nichts schenken. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Willkommen. Ich habe noch ein bisschen Kohle gekauft. Ich habe nämlich vor, mein Feld noch ein bisschen zu begrüchern. Hallo Mädels. Man muss ja einen Haufen Kohle machen, ne? So, wo sind denn die faulen Wichtel? Ah, da ist er ja. Ah, da ist er ja. Ehe, Sekunde. Das ist für dich. Und das auch nochmal für dich. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Feld anlegen. Ö, was machen wir da so ein bisschen? Okay. Okay. Vielen Dank. Und nochmal. Ja, ist klar. Hier und da. Hier und da. Da und da. Das war Feld Nummer 2 mit Kohl. Zwei habe ich noch. Zum Glück haben wir unsere Erntewichtel. Nicht wegen Ernte, sondern wegen Güse. Einmal Kohl haben wir noch. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins. Ja, nee, ist klar. Da noch. Oh, schön. Ich habe noch ein bisschen Geld gefunden. Geld ist immer gut. So, und jetzt noch das vierte Mal Kohl. So, und jetzt bitte bis 21 Uhr hier fertig gießen, ja? Mal gucken, haben sie hier drüben schon? Sieht nicht so aus. Ja, nee, ist klar. Aber ich habe gemerkt, ich glaube, die haben mein Gras nicht gewässert. Das finde ich nicht in Ordnung. Alles muss man alleine machen. Tatsache, noch nicht gewässert hier. Aber ist das Gras doch so wichtig. Und so teuer vor allen Dingen. So, na gut. Ich hoffe ja, morgen. Schönes Wetter haben wir auf jeden Fall. Ich habe noch ein Ei in den Brüter gelegt. Ja, Pferderennen, wa? Obwohl unser Pferdchen natürlich noch viel zu klein ist. Es ist wichtig, mit den Pferden eins zu werden. Auf diesen Tag warte ich das ganze Jahr. Es gibt so viele hübsche Pferde. Gray wollte auch kommen, aber Sarah Barra hat ihn nicht gelassen. Bist du bereit zum Rennen, willst du ein Wett abschließen oder eine Medaille gegen einen Preis eintauschen? Wetten, okay. Drücke Select auf dem Wettfenster für die Beschreibung, wie man Wetten platziert. Steuerkreuz nach oben und wähle Pferd, bla bla bla, Steuerkreuz nach oben, links eine Zahl, Ticket zahlen, Köpfe bla bla bla, Ticket um zehn ändern, bewegen. Kursor auch, okay, Kauf mit A-Knopf, Brich ab mit B-Knopf, okay, pff, ähm. Und, wie ist das? Okay, ich hab's. Ich hab's. Noch mal. So, warte mal. Wie drücke ich? Bewege den Kruse auf. Okay. Ja. Mal sehen, wie viel Glück wir haben. Okay. Ja, nee, ist klar. Los, ja, gib Gas, ey. Los, 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 los. Oh man, meinerseits. Ja, nee, wir verlieren natürlich. Dritter Platz, oh Gott. Ja, Arschkarte gezogen, ne? Man versucht sein Glück und hat Arschkarte. Kann ich vielleicht noch meiner Liebsten was schenken. Kann ich hier nochmal wetten? Ich glaube nicht. Ach, Tatsache. Powerbeere, 900. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gesichtsmaske, Sonnencreme, Halskette, Brosche, Diamant, Trüffel, Alamantie. Ja. 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 Toll, wahr? Stehe ich ja mal gar nicht drauf. Oh, scheiße, komm ich hier nicht weg, oder was? Wie viel Rennen gibt's denn? Wie viel Rennen gibt's denn? Gibt's denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn der mal so hier ran wäre, wo ich gewettet habe, dann hätte er gewonnen. Ich frage mich, wie viele Rennen hier starten würden. Seht ihr, wie sie laufen? Oh, der ist aber ganz schön vorne. Finde ich, das wäre. Aber wir haben ja nichts davon. So, das war jetzt das dritte? Ah, also drei Pferderennen. Das muss ich mir für nächstes Jahr merken. Oh, alle weg. Och, ich hier der Bummeletzel. Ja, morgen soll es Regen geben. Deswegen habe ich da die Hühner schon reingeholt. Die Wichtel machen mega schön. Ich bin jetzt hier. Ja.